Guten Morgen Leute, wir haben gestern ja einen Tag Pause gemacht, das heißt, das bekommt ihr nicht mit, weil bei euch laufen sie weiter weiter, weil wir Probleme mit Italien hatten. Aber mittlerweile ist ein Tag noch vergangen, an dem es keinen Vlog gab. Das heißt, wir packen jetzt gerade zusammen, wir waren jetzt drei Tage in Paris, wir packen jetzt zusammen und fahren dann weiter nach Lyon. Bis zum nächsten Mal. So, wir machen mal wieder nicht das, was wir ankündigen in unseren Vlogs. Wir sind jetzt nicht in Lyon, sondern wir fahren weiter in eine sehr kleine Stadt, wo wir langfristig noch da gehen können. Auch dank dem Tipp von meiner Mutter. Wir waren jetzt hier in einer nicht erfüllten Stadt, weil wir hier noch was essen jetzt wollen. Und dann fahren wir jetzt erstmal noch weiter. Wir sind gerade aber alle voll am Lost gucken und so, deshalb bin ich gerade voll am Binge-Watchen im Auto. Wir sind jetzt da angekommen, wo wir hinwollten. Und wir stehen jetzt hier auf so einer Aussichtsplattform. Und das will ich euch nicht vorenthalten, wie es hier ausschaut. Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich der Samml aunque nicht. Untertitelung des ZDF, 2020